20 Stuttgarter Schüler und der Wehrer-Kart Kaufmann-Hoben 1893 den Fussballverein 93 Stuttgart aus der Taufe. VfB Stuttgart ist neugischer Fussballmeister. Vor 100.000 Zuschauern verloren die Offenmacher Kickers gegen den VfB Stuttgart. Zehntausender auf dem Stuttgarter Marktplatz. Wir alle zusammen. Wunderbar! Über 100.000 im Brustringverein. Im Brustringverein. Jedes VfB-Mitglied hat seinen ganz eigenen persönlichen Bezug zu unserem VfB. Über 100.000 Mitglieder bedeutet über 100.000 Geschichten, über 100.000 Erlebnisse und 100.000 weiß-rote Momente. Und alle sind gleich wichtig, gleich wertvoll, gleich bedeutend für unseren Verein, für unseren VfB Stuttgart. Und jetzt 100.000 Mitglieder sind es, die dieses besondere Gemeinschaftsgefühl schaffen. Dass uns alles so eng miteinander verbindet, egal wer wir sind, egal woher wir sind und egal, was uns sonst noch so alles in unserem Leben bewegt und was uns wichtig ist. Unsere Mitglieder sind die DNA unseres Vereins. Wir sind über 100.000 Menschen, die den VfB im Herzen tragen und unseren Verein in guten und erfolgreichen Zeiten, aber auch in schweren Zeiten begleiten, unterstützen und immer zu uns stehen. Im Brustring ist unser unverkennbares Zeichen. Der Brustring umschließt uns sinnbildlich für unsere VfB-Familie und hält sie zusammen. Wir sind weiß und wir sind rot. Wir sind bunt, wir sind wild, wir sind ein Verein, der für Vielfalt steht und von der Vielfalt seiner Mitglieder lebt. Darüber freuen wir uns und darauf dürfen wir alle als VfB ganz besonders stolz sein. Und wieder ist das Veranstalt Ave. Der Brustring im Grupp. Der Brustring im Auftrag des ZDF. Interesse in der Brustring im Auftrag des ZDF-Rachs Und dann aber auch in der Brustring im Auftrag des ZDF. Dann vermalen wir uns und auf einmal nach dass sie im Auftrag des ZDF-Rachs. Vielen Dank.